Ein Ford B-Max steht hier zum Verkauf. Der graue Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Bluetooth, Start-Top-Automatik, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,9 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Abonnieren Sie uns. Ich freue. Abonnieren Sie sich. Betages für Manaist 100 Pro 100 Kilometer. Abonnieren Sie uns. zilial 활, die design, verbatrias sind letztlich. Anwenn Hope Ludgel 같아요. Betнего dwahal. Von cook-taste dominant學em thumbs Beuplen Sieg.